We gonna put it all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie copy, how they talk, what's the drip, I don't think they drip in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then, all these rappers think they saw, see. So, das neue Update ist da und ich glaube, das ist das schlechteste Update, was es hier gab. Und zwar wurde Turbo Building schlechter gemacht, also wenn man jetzt baut, fühlt es sich so an, als ob man mit einem 500er King spielt. Dann gibt es hier noch einen neuen Gegenstand, die Schildblase und es gibt einen neuen Ort, der heißt glaube ich irgendwie Panorama Palms oder so, ich weiß nicht genau. Dann hier noch der neue Shop, es gibt einen neuen Skin, der ist eigentlich ganz nice, Psycho-Bahn-Lied, komm, hol ich mir. Vergiss auf jeden Fall nicht, rechts unten im Shop meinen Creator Code einzugeben, ARINFN, falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Okay, ich bin jetzt hier noch kurz in Creative, ich zeige euch das mal hier mit dem Bauen, warte, erstmal 90s, ja, also es baut so einzeln Sachen nicht. Es geht einfach nicht. Das ist hier zum Beispiel, wenn man so hier Wände bauen will in die Pyramide, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Oder hier, wenn ich mich einbauen will, ich schalte mal die Wand gedrückt und drehe mich einmal. Es baut immer nur drei Sachen. Immer nur drei Wände. Immer eine bleibt frei. Also editieren geht doch ganz normal, aber bauen halt nicht. Warte, ich probiere mal Six-Layer. Ja. Ich probiere jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Solo zu spielen, ich will mal schauen, wie das jetzt im normalen Spiel ist mit dem Bauen. Also, was gibt es jetzt Neues? Ach nee, das ist ja keine neue Stadt. Das ist einfach nur so eine Zone, wo alles irgendwie anders ist. Ah, ja gut, doch, es ist doch alles ein bisschen anders. Oh, wer an der Pump. Hä? Hä? Ach so, man bekommt hier Schild. Also, wie viel Schild bekommt man denn? Hä? Wie geil ist das denn? Wo? 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 Das ist so komisch mit dem Bauen. 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 Was ist das denn für eine Scheiße? Was sind das für Gegner? Was ist das? Das ist so komisch mit dem Bauen. 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 Das ist so komisch mit dem Bauen.